in diesem video möchte ich euch noch einmal komplett zeigen wie der grabstein glitch funktioniert mit allen varianten und allen exfils die ihr nehmen könnt da es noch leute gibt die probleme damit haben dachte ich mir mache ich mal ein komplett zusammenfassendes video darüber und wir fangen auch direkt mal an als allererstes müsst ihr neuer rucksack die ganzen items tun die ihr verdoppeln wollt die hinterher in eurem grabstein sein werden natürlich braucht ihr auch die grabstein cola dafür die könnt ihr in game kaufen oder wenn ihr sie herstellen können so wie ich dann nimmt sie einfach direkt mit ins spiel wenn ihr dann alles vorbereitet habt dann müsst ihr einfach ein spiel suchen im spiel müsst ihr euch dann einen platz aussuchen wo ihr euren grabstein legen möchtet also der ort wo jedes mal euer grabstein spawnen wird ich entscheide mich hier immer für den portal bei akt 4 und wenn ihr auch einen ort gefunden hat wo ihr euren grabstein legen wollt dann müsst ihr euch entweder selber töten mit einer granate oder molotov oder ihr lasst euch durch zombies töten ich kriege immer weiter nach oben weil wenn ich nächste runde meinen grabstein nehme und ich zu nah an den zombies bin bewerfen die mich und es kann auch mal sein wenn da mehrere sind dass die euch down machen als nächstes müsst ihr komplett ausbluten und wenn dann da steht hilfe anfordern oder wenn ihr mit kollegen drinne seid und ihr denen zuschaut müsst ihr einfach wie ich das spiel verlassen nachdem ihr das spiel verlassen habt dann habt ihr jetzt unter ausstattungen keinen rucksack mehr keine plattenwesten ihr habt alles verloren leute und hier könnt ihr entweder wenn ihr einen neuen operator mit großen rucksack den nehmen oder ihr müsst euch halt nächst rund einen neuen rucksack kaufen wenn ihr dann eine neue runde startet dann seht ihr direkt schon von anfang an wenn in die map kommt euren grabstein also das symbol wird euch direkt angezeigt und wenn wir dann die karte öffnen sehen wir mein grabstein ist dort wo ich mich gerade getötet habt ihr müsst jetzt nun zu eurem grabstein gehen und wichtig ist ihr müsst den grabstein jedes mal komplett leeren bevor ihr das spiel verlässt also ich habe mein grabstein jetzt komplett geleert und jetzt gibt es mehrere möglichkeiten wie man die items mit raus nimmt und andere excel methoden und ich zeige euch jetzt alle davon die erste befindet sich direkt hier gegenüber von der akt 4 mission neben portal hier könnt ihr interagieren und danach müsst ihr auch die taktikkarte und die mission bestätigen jetzt habt ihr einen countdown und die konsolenspieler müssen nachdem der countdown abgelaufen ist bei der teleportation animation die anwendung schließen also ihr geht glaube ich auf places das playstation taste und anwendung schließen auf pc müsst ihr sobald es jetzt schwarz wird wie bei mir alt f4 drücken wenn ihr das spiel dann erneut startet und in euren rucksack geht dann seht ihr dass ihr die ganzen items die ihr aus eurem grabstein genommen habt bei euch alle im rucksack drinnen habt und jetzt könnt ihr diese sachen in euer lager tun entweder drückt die auf tauschen und tauscht es dann gegen belohnungen oder gekaufte sachen ich habe jetzt bei mir nichts da stehen leute aber wenn ihr da was habt könnt ihr das dagegen eintauschen und danach das item was sie eingetauscht hat wieder in euren rucksack tun und ihr könnt das dann die ganze zeit wiederholen aber das mit dem tauschen braucht ihr eigentlich nicht wenn ihr das so gemacht habt wie ich mit einem story expel sowie gerade dann könnt ihr die sachen in der regel einfach durch nicht ausrüsten ins lager tun dabei gibt es leider eine begrenzung die ändert sich von spieler zu spieler und zwar ist das zwischen 220 und 240 items und irgendwann steht dann da wenn du tauschen willst oder ins lager tun willst zerstören das heißt dann dein lager ist voll jetzt zeige ich euch noch mal die anderen expel methoden und zwar könnt ihr alle story missionen nehmen das sind diese exfels die mit dem stern sind und die bekommt ihr am ende jedes aktes diese erkennt man auch sehr gut daran dass deren rauch rot ist und nicht grün wie bei einem normalen exfil wenn ihr dann an so einem exfil seid dann ruft den helikopter steigt ein und wenn er in die luft fliegt wird irgendwann kurz das bildschirm schwarz und sobald euer bildschirm dann schwarz wird müsst ihr auf pc alt f4 machen und auf der konsole müsst ihr dann wieder die anwendung schließen ich zeige euch das mal er geht hoch fliegt nach vorne und jetzt in diesem moment wo es schwarz wird macht ihr dann alt f4 oder anwendung schließen mit dieser methode könnt ihr auch die ganzen baupläne exfiltrieren die habt ihr dann in eurem rucksack jedoch könnt ihr die nicht ins lager tun aber wenn ihr die nächste runde startet bleiben die trotzdem in eurem rucksack und ihr könnt ihr auch so jemanden droppen wenn ihr aber baupläne habt ihr selber noch nicht freigeschaltet habt und die freischalten wollt oder zum beispiel auf die goldenen enigma tarnung geht wo ihr 100 kills machen müsst und erfolgreich exfiltrieren aber euren grabstein nicht verlieren wollt dann müsst ihr zu einer ganz normalen exfiltration gehen diese erkennt man daran dass deren rauch grün ist nicht so wie bei den story exfilt da war sie ja rot dann ruft ihr wieder den heli leute ihr steigt in den heli ein und wartet bis er hoch fliegt jedoch könnt ihr bei dieser methode keine items rausnehmen verdoppeln dies ist wirklich nur dafür da um baupläne freizuschalten und die goldenen enigma tarnung sobald der heli abgeflogen ist müsst ihr gleich alt f4 oder die anwendung schließen drücken sobald dieses evakuierung geglückt da steht also ich mache das immer kurz davor ich zeige euch das jetzt kurz bevor evakuierung geglückt steht mache ich dann alt f4 oder dashborde und dann ist in der nächsten runde euer grabstein da und ihr habt die baupläne auch freigeschaltet so dass ihr sie herstellen könnt oder die goldenen enigma tarnung wo ihr erfolgreich exfiltrieren müsst ist auch freigeschaltet als nächstes zeige ich euch wie ihr in den dunkel äther reingehen könnt und trotzdem in der nächsten runde euren grabstein habt ohne ihn zu verlieren falls ihr einen aktiven grabstein habt dann müsst ihr diesen erst mal leeren und danach müsst ihr euch nochmal das grabstein extra kaufen wenn euer grabstein dann leer ist und ihr wieder einen grabstein getrunken habt dann müsst ihr euch nur noch einmal umbringen und danach müsst ihr einmal komplett ausbluten leute wenn ihr dann ausgeblutet seid müsst ihr nur noch komplett wiederbelebt werden entweder macht das ein kumpel mit dem ihr in der lobby seid oder ihr schreibt in den spielchat und irgendein random belebt euch wieder ihr könnt das sogar mit eurem kumpel machen er muss halt das gleiche machen sein grabstein leer machen grabstein trinken komplett ausbluten und danach holt ihr ihn wieder jetzt könnt ihr euch natürlich vorbereiten perksen zu kaufen wichtig ist aber dass sie jetzt kein grabstein perk mehr kauft sonst klappt das ganze nicht also grabstein rauslassen wenn ihr euch dann bereit fühlt dann könnt ihr in den dunkel äther reingehen entweder macht ihr den ältesten siegel oder ihr könnt auch die neue aktivier mission reingehen das klappt auch leute wenn ihr das siegel dann eingesetzt habt dann müsst ihr auf der karte einmal auf ja stimmen und danach startet schon ein countdown und ihr werdet in den dunkel äther rein teleportiert ich habe hier den ältesten siegel gemacht und hier habt ihr 15 minuten zeit um drei aufgaben zu machen ich habe euch noch mal die kart hier eingeblendet wo ihr die drei missionen findet und die exfiltrations punkte hier könnt ihr jetzt entscheiden leute entweder macht ihr die missionen fahren hier ein bisschen oder er geht direkt zum exfiltrations punkt und zwar ist ja ein auf dem dach ich nehme mal den oben weil ich mit der versänger hier reingehen dann kann ich da immer ruckzuck hoch fliegen mit dem interagiert ihr dann und jetzt müsst ihr auch nicht mehr dashborn oder alt f4 drücken ihr könnt einfach bis zum schluss warten bis da steht evakuierung geglückt und jetzt könnt ihr die party verlassen und wenn ihr dann wieder ins spiel kommt habt ihr euren grab stein und all die sachen die ihr im rucksack hattet habt ihr dann auch noch da drin dann gibt es auch eine andere methode und zwar wenn ihr mal keine zeit haben sollte schnell weg mit spontan oder so dann müsst ihr einfach euren grab stein leer machen und ihr drückt auf alt f4 oder anwendung schließen sobald euer grab stein leer ist dann behält ihr in der nächsten runde auch den grab stein das einzige was ihr dabei verliert ist eurem großen rucksack eure gasmaske und eure dreier plattenweste und euren killstreak die ihr vielleicht dabei hat wenn ihr jetzt von anfang bis ende zugehört habt dann solltet ihr in zukunft keine probleme mehr haben mit dem grab stein glitch ihr könnt mir auch gern in die kommentare schreiben welches euer lieblings ex will ist welchen ihr immer benutzt also ich nehme immer wenn ich solo spiele das portal von der akt 4 mission wie ich euch am anfang des videos gezeigt habe und das geht halt immer am schnellsten weil ich meinen grab stein auch direkt dort habe das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und wenn du noch kein aber auf diesen kanal hast kannst du jetzt an dieser stelle ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren damit du in zukunft nichts mehr verpasst und immer auf den neuesten stand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video